Ja, hallo liebe Italien-Freunde. Tag 3 meiner Covid-Erkrankung. Wie geht es mir? Es ist inzwischen mein PCR-Test angekommen, der ist auch positiv, was mich persönlich jetzt nicht überrascht, da ja wirklich von, ich glaube, 10 Tests waren 7 positiv, also von den Antigen-Tests, die ich zu Hause gemacht habe. Auch jetzt nach wie vor sind meine Antigen-Schnelltests, die ich zu Hause mache, sind positiv. Und ich bin jetzt mal offiziell auch von der Behörde schon abgesondert und muss zu Hause bleiben. Zu den Symptomen. Ja, es ist ein ganz, ganz, ganz leichter Schnupfen dazugekommen und ab und zu mal ein Huster. Schon seit drei Tagen kein Fieber. Also das Fieber hatte ich, bevor ich das erste Mal positiv getestet wurde. Seither nicht mehr. Und ja, in einem Kommentar war die Frage, ob ich den CT-Wert bekannt geben kann. Den würde ich bekannt geben, wenn er mir bekannt gegeben worden wäre, ist er aber nicht. Ich habe lediglich erhalten, dass er positiv ist. Er ist auf jeden Fall eindeutig positiv, denn auch die Antigen-Schnelltests sind eindeutig positiv. Und zwar jetzt ganz egal, welchen ich mache und wann ich ihn mache, es sind die durchgängig alle positiv. Ich kann mich ab Dienstag wieder freitesten. Das funktioniert natürlich nur, wenn ich erstens mal zum Beton frei bin und zweitens keine entsprechende Virenlast mehr habe. Das werde ich dann am Dienstag entscheiden, ob ich das machen kann. Und dann darf ich wieder in die Freiheit, denn ich sage mal, unter normalen Umständen mit so einem leichten Schnupfen würde ich nicht zu Hause bleiben. Aber es ist behördlich angeordnet. Ich muss sozusagen das jetzt aussitzen. und wollte euch einfach nur kurz über diesen, einfach nur einen kurzen Status-Update geben. Sollte sich da irgendwas ändern, ich werde euch da auf jeden Fall weiterhin auf dem Laufenden halten. Bis bald, arrivederci und ciao! – Season 2 – Vielen Dank.